Das ist der Kanal von Manuel Hafner und... ...Nathias Cello. Ich bin der Handwerker und sie ist die... ...Cellistin. Musikerin. Ja, ich bin kein Musiker mehr. In diesem Kanal geht es nicht nur um Musik, sondern auch um handwerkliche Tätigkeit. Diese Bohrmaschine ist ein symbolisches Gerät, um darzustellen, dass Manuel Hafner viele Heimwerker-Videos... Was tust du mit dem Mikrofon? Das ist der Heimwerker-Kanal von Manuel Hafner und was machst du da überhaupt? Im Prinzip geht es um Musik. Um Musik geht es hauptsächlich, wenn es nicht ums Handwerk geht. Nein, es geht um mehr... Du kannst nicht um einen Dumm zahlen und dann... Es geht nicht nur um Musik, es geht auch um das Handwerk. Nein, es geht vor allem um Musik. Nein, großteils geht es um das Handwerk. Ein symbolisches Gerät, ein Musikgerät. Was ist das? Ein Newe-Kanalmixer mit Kompressor. Und für was braucht man den? Portico. Machen wir eine Playlist, eine Playlist für Musik, also für schöne Musik, die haben wir auch ein bisschen, die ist natürlich ganz kurz, eine Playlist für blöde und dumme und schierige Musik. Das ist super. Und eine Handwerker-Playlist. Genau. Ich könnte auch über jedes Thema, was ich mache, einen eigenen Kanal, Nadja Mielfeit, Normalmusikerin, bei Manuel Hafner, Kanalmacher, es wird verschiedene Kanäle geben. Nein, es gibt nur einen Kanal. Ach so, es gibt nur einen Kanal, aber mehrere Handwerker. Nein, es gibt mehrere Musiker. Machst du Musik? Nein, weil ich gezwungen werde von dir. Ich bin gegen Unterbrechungen vom Handwerk. Ich bin dagegen, dass das Handwerk alles zu wirkt. Also für drei Minuten Musikvideo professionell ist sechs bis zehn Stunden pro Minute Musik professionell produziert. Dauert es im Studio. Dann muss man das Ganze filmen. Also für einen drei Minuten Film filmt man den ganzen Tag. Dann muss man es noch zusammenschneiden. Nein, ein, zwei Tage braucht man da auch. Der stellt sich hin. Ich stelle mich hin, nehme ein Holz, mache es so, das ist gehobelt, zusammengeleimt, geschliffen. Dann mache ich es dreimal, mache es dann so, was kann man da drauf an den Tisch? Ja. Mache ich es dreimal so, fertig ist das Ganze. Also ein Handwerkvideo, was 20 Minuten dauert, ist in Wirklichkeit ja fünf Minuten Arbeit. Das ist halt viel einfacher, wie ein Musikvideo zu produzieren. Wir sagen Danke, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für die Kommentare immer, also es ist wirklich toll. Und wie gesagt, in ein paar Wochen, vielleicht schon nächste Woche, übernächste Woche, es weiß nur der Himmel und der wird dunkel. Ich hoffe, ich hoffe, es gefällt euch dieser Kanal. Ich kann ihn gar nicht mehr. Servus, wir sind Manuel Hafner und Nadias Cello. Und das hier ist ein Handwerkerkanal. Das ist ein Musikerkanal. Das ist ein Handwerkerkanal. In diesem Kanal geht es um Holz, Ziegel, Wiesen, Tiere, Strohhalme, Himmel, Vögel, Schwitzelsemmel und Gulasch. Ein Handwerkerkanal. Hier geht es um Cellos, um Gitarren, um Musik, um wieder, um wieder, um schöne Cello-Musik. Und Edra! Danke schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017